Schon hob sich, dämmernd, an des Ostensrande des alten Titongattin von dem Lager, sich lösend aus den Armen des Geliebten. Von Perlen sah man ihre Stirne glänzen, geordnet in Gestalt des kalten Fisches, der mit dem Schwanzer ausschlägt nach den Menschen. Indes die Nacht, am Orte, wo wir waren, von ihren Schritten zweie schon gestiegen und mit dem dritten sich zum Abstieg senkte, als ich, noch Adams Erbe in mir tragend, vom Schlaf bewältigt, niedersank im Grase, wo wir schon alle fünf gesessen hatten. Zur Stunde, da in ihre Klagelieder die Schwalbe ausbricht, bei des Morgens nahen, wohl zum Gedächtnis ihrer ersten Schmerzen, und unser Geist in freien Bahnen wandert, nicht mehr vom Fleisch gefesselt und von Sorgen, in seinen Bildern beinahe göttlich werdend, Im Traumversunken konnte ich einen Adler am Himmel schweben sehen, mit goldenen Federn, die Flügel offen, wie zum Sturz geneiget. Ich selber glaubte, dort mich zu befinden, wo Ganymed die Seinen einst verlassen, als er zum höchsten Tisch entführt wurde. Bei mir dachte ich, vielleicht ist er zu jagen nur hier gewohnt, und alle anderen Orte verschont er mit den räuberischen Krallen. Dann schien es mir, als ob er plötzlich kreise und schrecklich wie ein Blitz herniederbreche und mich empor zum höchsten Feuer risse. Dort glaubte ich, mit ihm sogleich zu brennen, und so sehr brannte das geträumte Feuer, dass es mir meinen Schlaf zerreißen mußte. Nicht anders war Achilles einst erschüttert, da er vom Schlaf erwachend um sich blickte und nicht mehr wußte, wo er sich befinde, da seine Mutter ihn aus Chirons Hause nach Skyros schlafen trug auf ihren Armen, von wo die Griechen ihn dann wiederholten, als ich erstaunte, da aus meinen Augen der Schlaf entflohen war, und ich erblasste wie jemand, der vor Schrecken starr geworden. Zu meiner Seite stand nur noch mein Tröster. Die Sonne war zwei Stunden schon gestiegen, und mein Gesicht war nach dem Strand gewendet. Fürchte dich nicht, hat er zu mir gesprochen. Beruhige dich, wir sind auf gutem Wege. Nicht schwächen, weiten sollst du deine Kräfte. Du bist am Purgatorio angekommen. Sieh dort den Felsen, der es rings umschließet, siehe den Eingang, wo der Fels sich öffnet. Im Morgengrauen, das dem Tag vorangeht, als deine Seele noch im Schlaf gelegen auf Blumen, die die Wiese drunten schmücken, kam eine Frau und sprach, ich bin Lucia. Lasst mich den Schlafenden von dannen tragen, so werde ich ihn auf seinem Weg erleichtern. Sordell verblieb und jene edlen Schatten. Sie hob dich auf, und als der Tag erstrahlte, stieg sie empor und ich auf ihren Spuren. Hier legte sie dich nieder, und noch zeigten mir ihre schönen Augen diese Pforte, dann war sie mit dem Traum zugleich entschwunden. Wie wenn ein Mensch vom Zweifel frei geworden und seine Angst in Stärke sich verwandelt, nachdem die Wahrheit vor ihm aufgeschlagen, so war auch ich verwandelt. Ohne Sorge sah mich mein Führer und begann zu steigen empor zum Berg und ich auf seine Spuren. Mein Leser, du siehst wohl, wie meine Sache jetzt größer wird. Drum sollst du dich nicht wundern, wenn ich sie nun mit größerer Kunst bekleide. Wir traten näher, bis zu einer Stelle, wo das, was mir ein Riss geschienen hatte, fast nur wie in der Mauer eine Spalte, als Tor erschien. Und drunter noch drei Stufen, die zu ihm führten, von verschiedener Farbe, dazu ein Pförtner, der sich noch nicht rührte. Als ich die Augen nach und nach geöffnet, sah ich ihn auf der oberen Stufe sitzen. Doch konnte ich seinen Anblick nicht ertragen. Er hielt ein bloßes Schwert in seinen Händen, in dem das Licht so zu uns widerstrahlte, dass ich die Augen drauf vergeblich wandte. Sagt ihr da drunten, was ihr von mir wollet, so sprach er zu uns. Wo ist der Begleiter? Gebt Acht, dass euch der Gang nicht Schaden bringe. Vom Himmel eine Frau, darin erfahren, war meines Meisters Antwort, hat soeben zu uns gesagt, geht hin, dort ist die Pforte. Und sie mag euren Schritt zum Guten lenken, gab da der Pförtner höflich uns zur Antwort. So komme denn herbei zu unseren Stufen. Wir gingen hin. Es war die erste Stufe von weißem und so glänzend reinem Marmor, dass ich darin mein wirkliches Bild erblickte. Die zweite war von dunkelroter Farbe, aus einem rauen und verbrannten Steine, der Länge und der Quere nach gespalten. Die dritte, die sich auf die beiden türmte, schien mir aus Porphyr und so rot wie Feuer, dem Blute gleich, das aus der Vene sprudelt. Auf diese stellte seine beiden Füße der Engel Gottes, auf der Schwelle sitzend, die offenbar aus Diamant geschnitten. Diese drei Stufen leitete mich willig mein Führer nun empor und sagte, bitte demütig, dass er dir die Pforte öffne. Fromm fiel ich vor den heiligen Füßen nieder und mitleidbar dich, dass mir öffnen sollte. Dreimal habe ich zuvor die Brust geschlagen. Er schrieb mir sieben P auf meine Stirne mit seines Schwertes Spitze und nun wasche, so sprach er drinnen diese Flecken sauber. Asche und Erde, die man trocken findet, sind von der gleichen Farbe seiner Kleider. Daraus hat er zwei Schlüssel vorgezogen. Der eine war von Gold, der andere silbern. Erst mit dem Weißen als dann mit dem Gelben erfüllt er an der Pforte meine Wünsche. Versaget einer dieser beiden Schlüssel, dass er nicht gerade sich im Loche wendet, sprach er zu mir, so bleibt das Tor verschlossen. Mehr war der Preis des Goldnen, doch der andere bedarf mehr Kunst und Geist, damit er öffnet. Denn er ist der, der uns den Knoten lösert. Von Petrus habe ich beide, doch er sagte, ich sollte lieber mich im Öffnen irren, als im Verschließen, wenn man vor mir kniert. Dann öffnete er des heiligen Tores Flügel und sagte, tretet ein, jedoch bedenket, heraus muss wieder wer nach hinten schaut. Und als in ihren Angeln sich gewendet die beiden Flügel jenes heiligen Tores aus starkem und aus tönender Metalle, da knirschte es noch lauter und noch schärfer als das Tarpeische, da man den guten Metellus daraus vertrieb und es beraubte. Begierig wandte ich mich beim ersten Tone und glaubte, Te Deum Laudamus singen zu hören und vermischt mit süßen Tönen. Und es gemahnte mich an solche Bilder, was ich dort hörte, wie man sie begegnet, wenn Leute zu dem Orgelspiele singen und ihre Worte sich im Ton verlieren. Und es gemahnte mich zu dem Orgelspiele singen und das treinbar Und das À Söte Schiff das auch Vertraue Auch ist Herr sagen l